Guten Morgen miteinander, ich mache nochmals das Training vom letzten Mal, wir starten wieder mit Schulterkreisen, Händerscheid, schön, Spannung, Füße, Beine, Ruf, Stress, Blum. Und gut legen wir oben durch, etwas seitwärts neigen, schön oben strecken, den Unterarm hängen lassen. Und dann verwechselt die Seite. Und dann rufen, dann rausheben, überrufieren, öffnen, schön, Stamm eingehalten, hoch, Fähigabend. Und dann gibt es der Kompelscheid. Und dann bezüglich der Kompelscheid. Die Kompelscheid, vielleicht ein, drei. In die Mitte, Hände auf Knie, rechte Kniebüge und dann machen wir die Rundenrücken und durchsprechen. Vielen Dank. 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 Bye. Vielen Dank. 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 Tschüss. Tschüss.